hallo und wieder willkommen zurück nahtlos geht es weiter relativ nahtlos für euch nicht nahtlos für mich nahtlos deswegen ist es cool heute in your headlamp fast das bloß okay wieder und endlich queen endomorph hier so heavy enemies cut off your back spiel und kette hero for orders very weak but as huge bonus gold and any headlamp if anything far away is blurry naht immer wieder so im geld wie to exit wollten rein theoretisch man kann das ist neu returns damage taken from enemies ich will zweimal springen können ja klar das welt sieht das welt schief 3 maler von der enemies der hit die skranz zem exzessor in für die supply of mana in technik zu betteln rockon abgibt sich ja wir haben doch nichts abgelöst wird ja die mir der Fisch. Sagen wir mal... ...dick hier Rüstung, ne? So. E-W-T-Hit, Arschloh. Können wir noch irgendwas, ne? Ein paar Peanuts hier, so. Ne. Ach hier. Was kannst du? Nichts wert. So, dann klopfen wir uns nochmal durch. More Gold. 26 Gold, ich bin üblich. So, kommt das mal an. Du bist gleich ein Gegner, aber ich komm nicht ran. I-hahaha. I-hahaha. Auch ein Gegner. Bing. So, da ist das. Ich darf hier.... Ist das hier echt? Ehrlich... Hehehehe. Was sag ich dazu? Hohohohohoho. Hehehehe. Genau so. oder eben krimmig gekocht habt ihr es gesehen und gleich noch mal her hier wie er und bewegt sich der Ostern der Säge die Säge der Partei in Fremdorf Montag Papa Ballas Verrücklissie before being a bullet Hells Ruin be Charles Papa most challenge game we ever had yes even blah blah was great to grab the yeah that are pre-planning blah 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 and the game it they have no right in the places where disastrous is the game was too hard and people can prove for sitting over at just mean one dude doesn't even like bullet health überlebt nicht zwei schläge toll was gibt es hier kann ich doch unterfallen nicht 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 mal geheim gang oder sowas mehr kleine gegner ich bin ich eigentlich groß und spieler das was das geball basket ich hab nicht Das heißt, du gehst auch gleich kaputt. Gleich kaputt. Gleich kaputt. Kein Geld. Chicken. Nehmt. Ja. Das war noch zwei Schläge. Ahahaha. Gehst du bitte. Ah, zur Seite. Au. Das ist unfair. Kommt's aber nochmal. Danke. Der. Die Weg. Danke. Check out. Nein, 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 nein. Oh, das ist... Das... Oh, das ist... Will you pray for assistance? Hedgehog's Curse. Ähm... Kann ich die Engel? Hedgehog's Curse? So, dann komm ich da nicht mehr so hoch. Ich bin da hinten eigentlich. Komm, sauber. Nee, 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 nee. Ich bin extra tiefer gegangen. Damit ich auf die A3 Gold kriege, wenn das falsch ist. Nicht mehr... Nein. Äh... was geht's denn hier ich sehe das ja gar nicht wird hat er nicht nur 3 3 ja komplett durch wurde irgendwie die manner für weniger leben Das war's! No fighting. Okay. Ow. stecken spiel ruhen jetzt darf ich ich weiß nicht ob wir das kathil oder ich finde ich jetzt freuen ja auch bis rachel bräser ich spiel es bleibt irgendwas eine richtung ich habe ich so wenig leben da hat er hier uns durch Ich weiß nicht, dass du Geld hast. Jukebox! So, mein Boss. Das war hier. Ah, das war der Ding. Novol. Novol. Was heißt Novol? Das heißt Novol. 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 Swimming in the Ocean. Das ist krass. Ähm. Schön, dass du für mich springst. Das hätte ich mich nicht runtergetraut. Äh, baby! Aber auch nicht alle mit einem Schlag. Wie? Geht's gut? Du kannst da... Ach, du kannst da... Ach, du kannst da... Ach, das ist ein Zwerg. Du bist hier unten durch. Und da oben auch durch. Warum? Krieg ich ja gar keine Monster. Kritik. Ja. Was war der Stich? Bing! Bing, 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 bing. Hihi hehihi. Kassroon! Kassroon! kaputt hat euch noch ein blödes fähig du auch ich glaube es da das macht ja kein scharf das ist doch der Kaffee אותz hehehe hehehe muhohohohoho nooooooh, da bin ich ganz viel Geld verloren halt auf, ist schon zu streng Ja, und dann geht das weg. Geld verdorben. Ach, je höher das Level das zu näher leben, darf ich dann... ...dass da alles sammeln. Maximal Converted Detail Level. Bist du runtergefallen? Oh. Ah, drei Schläge brauchst du. Ach, Spann. Wie, Pilz. Da ist schon wieder zum Geheingang. Oh, da ist noch du. Meins. Rachel! Ja, ja. Du, 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 schon knapp. Ich denke immer so... ...aber nichts. Okay, ich muss zurück. Gut. Dann laufen wir jetzt mal schnell zurück. Ach, ich hätte ja auch so gekonnt. Ähm, ne. Also. Und damit ist auch schon wieder der nächste Part rum. Und ich verabschiede mich wieder. Indem ich dann sage... Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Winke! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.